Scheiße, 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 Scheiße! Hata, ich leh' dich an. Ach, die gehört? Ist ja gut, Sie brauchen uns nicht zu erschießen. Wir geben Ihnen alles, was Sie wollen. Bitte, Martha, zieh deinen Mantel aus. Das ist dein Lüge. Das, da her damit. Nehmen Sie den auch noch. Das reicht. Hanna Shigula in ihrer ersten Komödie. Für immer Lulu. Gedreht mitten im pulsierenden Leben New Yorks. Das ist aber ein hübscher Nerf, den Sie da haben. Einfach unglaublich, was sie dort in der Lower East Zeit so alles erlebt. Ich hab das gesehen, ich kann Ihnen eine Menge Ärger machen, Lady. Lässt sich der Kerl sehen? Ja. Ich bin da nicht ein. Was soll der Quatsch? Aus Versehen bringt sie ein ganzes Gangstersyndikat zur Strecke. Sie kann natürlich nicht ahnen, dass sie dadurch auch noch über Nacht berühmt und reich wird. Eine Million Dollar. Und was willst du jetzt machen? Schauen Sie, ihr Leben, wir sind im Business. Im Big Business. Sie können mit Links ein paar Millionen im Jahr machen. Sie werden so viel Geld verdienen, dass Sie es nicht mal in zwei Leben ausgeben können. Ja. Cheers. Für immer Lulu. Also, ich mache in Versicherungen und Sie verkaufen, wenn ich recht verstanden habe, Toilettenbrillen. Ich möchte wetten, Sie haben es damit eine ganze Menge Ärsche zu tun. Dürfte ich vielleicht deine Schuhe anlecken? Nein, wir sind ganz neu. Oh, tut mir leid. Kann ich denn? Ich suche nach einem Mädchen, das möglicherweise hier gewesen ist. Lulu, sagen Sie mir, Elen, wichtig ist mit Ihrem Sexleben. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Sexleben? Nein. Oh, na toll, vielleicht könnten wir abends mal zusammen was unternehmen, also... ... und haben Essen gehen, oder von mir aus ins Theater oder Konzert. Was halten Sie von klassischer Musik? Nichts. Warum wollen Sie denn nicht? Hören Sie, ich hasse Bullen. Was ist das? Was hat man da mit dem Bild? Ich will alles, ich will alles. Mach schon, mach schon. Ich habe wirklich lieber mal. Ich bin verrückt. Ich bin Lars und das Gehirn raus. Bisschen. Ihr könnt mit ihr machen, was ihr wollt. Los. Du blöder Hund, das ist die falsche Braut. Was haben Sie denn? Alles okay? Und am Schluss gibt es doch noch ein Happy End in Sachen Liebe. Ich schätze, ich habe in letzter Zeit einfach zu viele Leichen gesehen. Aber wer ist Lulu nun wirklich? Mehr darüber erfahren Sie in der herrlichen Love-and-Crime-Komödie von Amos Kollek mit Hannah Schigula und Debbie Harry. Für immer Lulu.